Die Rennstrecke aus dem Almanac Adrenalin Camp Grüß von der Rennstrecke aus dem Almanac Adrenalin Camp Kurze Pause vom Studio Nach dieser wahnsinnigen Solis Ist ganz gut, wie so ein Abschalten und Rennfahren Ist super geklappt mit Aufnahme Die haben richtig tolle Gassänger dabei Also mit Aufnahme habe ich abgeschlossen Da ist alles am Kasten Jetzt machen wir kurze Pause, sortieren alle Spur Machen sauber Und vielleicht nächste Woche fängt es schon mit Mix an Und ich werde aus dem Studio berichten Vielleicht ein kleiner Studio Pro spielen Und ich habe etwas Tolles ausgedacht für euch Am 20. November machen wir ein bisschen Taxifahrt mit Parallelfahrzeugen Und ich werde euch gerne einladen Also wenn wir Bock haben einfach per Mail an mich melden Das wird die Grenze zahlen Und wir gucken, dass wir den ganzen Tag richtig Spaß machen Aber auf der Rennstrecke machen Und ansonsten, ich werde weiter berichten aus dem Studio Ciao Und mir muss ich ja gerne einladen Und mir muss ich ja gerne einladen Jetzt Und jetzt Ich habe Alexi, der eben schon in der Südenklasse gewählt ist Und sich jetzt auch nochmal ein Am Anfang vorher durchsetzen kann Viktor Swolski In der führenden Position ist vorbei, Herr Dietmar Brandt zu Beginn dieses Rennens. Kann er das jetzt sechs Runden lang halten? Gegen Dietmar Brandt und natürlich Carsten Alexi, der jetzt an der dritten Position reagiert. Es dreht sich der zweitplatzierte Dietmar Brandt, Ausgangstürzübe zu weit auf die Auslauffläche gekommen. Dadurch vollzieht die Voralexie und hat den Siebert in der dritten Position die Brandt notiert haben. Untertitelung des ZDF, 2020